Es war der Sieg jetzt in Köln, weil es einfach so geil war. Weil hier der Fußball gelebt wird. Sergio Ramos. Meine Kopfballstärke. Ja, weiß ich nicht, so Interviews hier mit euch machen, das ist ein bisschen schwierig. Dann wird gefeiert und auch was getrunken. Dann bin ich schlecht gelaunt und meistens auch nicht gut ansprechbar. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch Student. Sollen möglichst viele Fans kommen. Hoffe ich, dass ich noch weiter im Fußball tätig sein kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.